Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10447 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Woher kommt dieser Schaden? Wie viel kostet die Reparatur? Woher kommt dieser Schaden? Wie viel kostet die Reparatur? Ein Diamant ist ein Edelstein, der aus Kohlenstoff besteht und als einer der härtesten und wertvollsten Edelsteine der Welt gilt. Ein Diamant ist ein Edelstein, der aus Kohlenstoff besteht und als einer der härtesten und wertvollsten Edelsteine der Welt gilt. Ein Diamant ist ein Edelstein, der aus Kohlenstoff besteht und als einer der härtesten und wertvollsten Edelsteine der Welt gilt. Paul hat am Strand um meine Hand angehalten. Jetzt sind wir verlogt. Ich bin dankbar, dass ich das Glück oft in den einfachsten Dingen finde. Ich bin dankbar, dass ich das Glück oft in den einfachsten Dingen finde. Ich bin dankbar, dass ich das Glück oft in den einfachsten Dingen finde. Vokabeln zu beherrschen, gibt Selbstvertrauen beim Sprechen. Vokabeln zu beherrschen, gibt Selbstvertrauen beim Sprechen. Ich mag es überhaupt nicht. Es ist nicht so einfach, auf dem Keyboard zu spielen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.